Dr. Hans-Georg Maaßen von der Werteunion hat sich in einem Interview klar gegen eine Führungsrolle von Dr. Markus Krall in der Werteunion wiederum ausgesprochen. Daraufhin habe ich ein Video gemacht, das ziemlich viral gegangen ist. Wir sehen es hier. Wahnsinn, Maaßen bricht. Mit Krall hatte ich es genannt. Ich habe auch ordentlich Kritik einstecken müssen dazu in den Kommentaren, weil ich hier ganz neutral kritisch über diese Situation berichtet habe. Und das möchte ich mir nicht nehmen lassen. Und jetzt gibt es aber ein offizielles Statement von Dr. Krall zu der Situation von Dr. Maaßen. Bislang noch keins. Moin zusammen, ich bin Olli. Wenn du neu bist, jetzt ein Abo dalassen. Und es ist ganz interessant. Wie könnte ich denn hier sitzen und sagen, ich bin ein neutraler Berichterstatter, versuche überparteilich zu sein. Ihr wisst das, ich wähle die Grünen, da stehe ich ja mittlerweile zu. Ricarda Lang vor Bundeskanzler. Ist ja mein Traum, denn danach wären die Grünen weg vom Fenster, sage ich jetzt mittlerweile. Aber ernst bei der Sache, weil die Sache ernst ist. Ich habe ein kritisches Video dazu gemacht. Warum? Ich schätze Dr. Maaßen sehr. In seinen Interviews ist er knallhart, wirklich ganz präzise, wirklich emotionsfrei möchte ich es oftmals nennen, aber wirklich brillant. Und Dr. Krall, wirtschaftlich, eine Koryphäe auf seinem Gebiet. Ich schätze diesen Mann wirklich sehr. Aber ich muss als neutraler Berichterstatter kritisch mit solchen Dingen mich auseinandersetzen. Und das muss ich auch mit dem Statement von Dr. Markus Krall gleich jetzt machen. Denn, wir sehen das hier, knapp zweieinhalbtausend Kommentare, hier über 137.000 Aufrufe. Vielen, vielen Dank dafür, wer natürlich schon zu neu auf den Kanal gekommen ist. Herzlich willkommen. Hier, über 10.000 Likes. Also ganz so unbeliebt war das Video jetzt nicht, dass ich da gerade eben kritisch drauf eingegangen bin. Das Ganze geht ja zurück auf ein Interview, das geführt wurde im Gespräch mit Club der klaren Worte. Und die Epoch Times, ich verlinke euch den Artikel auch gerne unterhalb des Videos nochmal, ist ja hingegangen und hat darüber einen Artikel gemacht. Und die Frage war ja, sie haben von einer möglichen personellen Besetzung gesprochen. Sie haben gesagt, wir haben die Leute. Gehört zu diesen Leuten auch Dr. Markus Krall? Eine ganz einfache Frage. Und die wurde, sagen wir jetzt mal, unglücklich formuliert vom Dr. Markus Krall. Unglücklich? Versteht ihr gleich, wenn der Dr. Markus Krall nämlich sein Statement dazu abgeht. Zitat. Nein, Markus Krall kenne ich gut. Ich schätze ihn. Er ist ein erfolgreicher Unternehmer. Er hat Dekusa Goldhandel aufgebaut. Ich schätze auch seine volkswirtschaftliche Expertise. Er hat auch tolle Bestseller geschrieben. Er ist Mitglied der Werteunion. Jetzt kommt's. Aber Markus Krall hat auch bestimmte politische Positionen, die, glaube ich, bei uns nicht mehrheitsfähig sind. Ich finde es gut, wenn er mitwirkt. Aber in manchen Punkten schießt er über das Ziel hinaus. Und das ist schon eine knallharte Ansage, die man nicht einfach so vom Tisch welchen kann. Außer, wenn es so ist, wie der Dr. Markus Krall sagt, dass er zu viel jetzt gemacht hat. Wir gucken uns gerne in seinem Twitter- bzw. Ex-Statement an, dass auch per Newsletter an die Atlas-Initiative für Freiheit, so heißt es richtig, die Initiative von dem Herrn Dr. Krall per E-Mail gegangen ist. Ich habe das Ganze auch schon zugeschickt bekommen. Und dann heißt es hier, liebe Mitglieder der Atlas-Initiative, Mitschreiter für die Freiheit, nicht gegendert. Sehr unmodern, finde ich gut. Die Ereignisse der letzten Tage mit ihren teilweise seltsamen Irrungen und Wirrungen haben viele Mitglieder der Atlas-Initiative, auch viele freiheitlich denkende Menschen, über die Grenzen unseres Vereins hinaus irritiert. Mich auch. Ja, zornig gemacht. Und viele von ihnen haben mich angeschrieben und um eine Eingeordnung und Klärung und so weiter zu sorgen. Und jetzt, hier unten wird es schon interessanter. Er hat sich nämlich erstmal ein bisschen Zeit gelassen, wie er selber schreibt. Viele fragen mich, was ist denn los und so weiter und so fort. Erlauben Sie mir, hier an der Stelle Hintergründe zu erläutern. Manchmal ist es besser, kommunikativ erstmal einmal Zurückhaltung zu üben. Wenn ein Kommunikationsunfall passiert ist, das ist ja so ein modernes Wort. Mal gucken, das haben wir schon häufiger gelesen. Da bin ich ein bisschen skeptisch bei diesem Begriff. Schnell ist nicht immer besser. Ich habe daher erstmal einige Gespräche geführt, um selbst eine Einordnung des Gesagten vornehmen zu können. Mit Hans-Georg Maaßen und auch mit anderen führenden Mitgliedern der Wertunion. Und das, muss ich sagen, ist toll. Das ist klasse. Also, man kann natürlich vorwerfen, ja, was musste denn da erstmal besprochen werden? Die Aussagen waren ja klar. Aber im persönlichen Gespräch was zu klären, finde ich immer wieder sehr gut. Habe ich ja auch gemacht. Beispielsweise hier mit dem FDP-Vorsitzenden aus Thüringen. Der Herr Kemmerich, der hatte ein Problem mit einer Aussage, die ich in einem Video gemacht habe. Der hat mich angeschrieben, dann habe ich ihn angerufen daraufhin, habe mich mit ihm unterhalten. Alles gut. Unter Männern kann man sowas klären. Ganz einfach. Deswegen finde ich das schon mal klasse. Aber jetzt geht's weiter. Zusammengefasst heißt es hier, Hans-Georg Maaßen hat seine Gedanken nicht sehr präzise ausgedrückt und sich verhaspelt. Und da muss ich ganz ehrlich fragen, wo ist das Statement dazu, wo das bestätigt wird? Und wo der Maaßen auch sagt, ja, da habe ich mich nicht gut präzise ausgedrückt. Und ganz ehrlich, das finde ich unglaubwürdig. So leid es mir tut, aber ich muss hier wirklich ganz kritisch, ganz neutral an die Sache rangehen. Und ein Dr. Maaßen ist nicht unpräzise. Der ist sowas von präzise. Ich kenne keinen Menschen, der wirklich detailgenauer arbeitet und Äußerungen trifft, die messerscharf sind. Das nehme ich nicht ab. Sage ich ganz ehrlich. Sage ich ganz ehrlich. Ihr könnt das für euch unten reinschreiben, was ihr meint. Ich glaube es nicht. So leid es mir tut, Herr Dr. Krall. Aber weiter geht's. Was dann einen völlig anderen Eindruck entstehen ließ, als der, den er eigentlich an dieser Stelle erzeugen wollte. Und okay, hier so etwas passiert. Auch schon mal passiert wäre ihm das, wenn der Termin- und Kommunikationsdruck zu wird. Okay, ist menschlich, wenn das wirklich so ist. Habe ich persönlich beim Dr. Maaßen noch nie erlebt. Deswegen kann ich es mir nicht vorstellen. Wenn ich da falsch liege, kein Problem. Wenn der Dr. Maaßen das selber bestätigt, schwamm drüber. Dann ist das für mich in Ordnung. Okay. Aber wenn wir auf seine Twitter-Seite gehen und hier auch nochmal aktualisieren. Ich sehe jetzt in dem Moment, wo ich dieses Video gerade aufnehme, nichts zu der Situation. Hier ist ein Reposting. Hier ist irgendwas über demokratiefeindliches Spiel oder sonst was. Hier ist er in einem anderen Interview mit drin. Da geht es aber auch um die Bauern-Situation. Hier Migration und so weiter. Hier ein Vortrag. Ich sehe nichts in der Richtung bezüglich Dr. Krall. Wenn ich es übersehen habe, verlinkt es gerne unterhalb des Videos. Fände ich ganz nett. Aber hier geht es weiter. Seine Intention war zu verdeutlichen, dass die Werteunion breiter aufgestellt ist und die ganze liberal-konservative Mitte des politischen Sprechkunds abdecken will. Damit wir eine realistische Chance haben, Politik in Deutschland nicht nur zu kommentieren, sondern auch dank Wähler Zustimmung zu gestalten. Dabei haben sich aber leider einige Dinge vermengt. Zunächst die Frage meiner Rolle in der Werteunion und damit verbunden die Frage, ob ich in den Vorstand der neuen Partei eintreten sollte. Hans-Georg Maaßen hat das verneint, aber nicht, weil er es so entschieden hat, sondern weil wir beide uns darüber unterhalten haben und er meinen Wunsch respektiert, dass ich zwar einflussreich mitwirken will, aber eben nicht als Mitglied des Vorstandes. Und er fügt das halt darauf zurück, dass er keine Zeit hat. Ganz simpel und schlicht und ja, das kann ich mir vorstellen, das glaube ich. Er gründet ja hier gerade ein neues Unternehmen, Goldrevolution, dann gibt es hier Mehrfachbelastung, wie er es nennt, mit der Atlas-Initiative, publizistische Tätigkeiten, die er macht, politische Arbeit, Vorträge, Sozialmedien und so weiter. Denn er wird ja auch in ein paar Tagen schon bei Dominik Kettner, nämlich im Livestream sein, ein ganz tolles Webinar, das da stattfindet. Meldet euch jetzt unverbindlich, kostenfrei, einfach mit E-Mail-Adresse und Name drunter an. Am 17. Januar findet das statt. Ich hatte den Dominik auch darauf angesprochen und darum gebeten, dass er Dr. Markus Krall speziell auf diese Situation, auf die Äußerung von dem Herrn Dr. Maaßen mal eingehen soll. Da bin ich mal gespannt, wie er es dann live dort ganz genau formulieren wird. Hier speziell in diesem Webinar geht es dann darum, um sich auf die aktuelle Situation noch mehr darauf vorzubereiten und mit der Situation halt richtig umzugehen. Und gerade ein Dr. Krall macht das perfekt, wie ich persönlich finde. Aber der nächste Absatz würde auch nochmal spannend. Nicht sehr glücklich war dabei allerdings in der Tat die Formulierung, Zitat, Markus Krall manchmal über das Ziel hinausschießt. Und dass meine Position an einigen Stellen möglicherweise nicht mehrheitsfähig in der WU, also Werteunion, sein könnten. Aber auch hier überzeichnet die Formulierung die tatsächlich bestehende Differenz. Wenn ich zum Beispiel die Meinung vertrete, dass drei Ministerien plus Kanzleramt in Berlin ausreichen, dann ist das eine provokante These. Nö, ich sag, das ist ein Mindestmaß, das wir erreichen sollten, Herr Krall. Aber, dass aber auch Hans-Georg Maaßen den schlankeren Staat und deutlich weniger Behörden und Ministerinnen will, ist aus seinen Interviews bekannt und so weiter. Aber wenn er dann hier auf weniger oder man sich auf acht oder sonst was einigen würde, dann wäre das in Ordnung. Und ja, da gebe ich recht. Klar, man darf sich da nicht irgendwie jetzt an Zahlen aufhängen, wenn der Krall jetzt wirklich im Interview wird und sagt, wir brauchen jetzt nur noch drei Ministerien und das ist nicht mehrheitsfähig. Und auf der anderen Seite sind es dann halt wirklich irgendwie acht Ministerien anstatt der aktuell 14, auf die man sich einigt. Okay. Beispiel. Wenn das aber Grundsatzfragen sind, die nicht geklärt sind, beispielsweise, hau mich blau, Migration, blau hier, Bürgergeld, dies, jenes, gibt es eine Million Beispiele für, wo man aber eben nicht hier zwischen 14 und 3 auswählen kann, sondern wo man Ja oder Nein sagen muss. Und ich schätze den Dr. Markus Krall so, dass ich sage, ich stimme Ihnen sehr, sehr vielen Punkten zu. Und wenn jetzt schon so ein kleiner Zweifel hier aufgekommen ist, bevor die Partei überhaupt gegründet wurde, dass eben nicht alle seine Aussagen, seine Vorstellungen von der Partei oder von der Politik in der Partei tragfähig und mehrheitsfähig sind, dann weiß ich nicht, ob das die richtige Partei für mich persönlich wäre. Das stelle ich ganz klar in Frage. Das muss jeder für sich selber entscheiden, ob er jetzt sagt, ja Olli, da bist du zu streng, nö, das kannst du ja gar nicht so wissen und so weiter. Okay, so what, gar keine Frage. Ist aber für mich fraglich, ob das für mich jetzt eine Partei wäre, sobald sie dann mal ein Wahlprogramm und so weiter aufgestellt hat, werden wir das natürlich hier im Kanal auch analysieren und uns genau angucken. Aber ihr könnt es ja für euch jetzt gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben. Die weiteren zwei Absätze könnt ihr auch in Ruhe nochmal selber lesen. Ich verlinke das ganze Statement natürlich unterhalb. Ich bin gespannt, wie die Situation weitergeht, ob vom Dr. Maaßen da noch was kommen wird. Jetzt abonniert den Kanal gerne, wenn ihr neu seid. Schreibt mal eure Meinung dazu unten rein. Danke, bis zum nächsten und ciao.